Hallo und herzlich willkommen wieder bei The Last of Us Live Behind, das DLC zu dem Spiel. Und heute geht es weiter mit Ellie und ihre Freundin Riley ist ja weggelaufen, oder besser gesagt, ist schon mal vorausgegangen. Und wir müssen sie jetzt finden. Ich hoffe ihr ist auch nichts passiert. Wahrscheinlich schon. Und sie hatten eine kleine Auseinandersetzung, weil Riley wahrscheinlich in eine andere Stadt zieht, oder besser gesagt, in eine andere Stadt geht. Welche Stadt, das weiß ich gerade gar nicht mehr. Die letzte Aufnahme ist schon ein bisschen her. Aber wenn ihr die letzte Folge gesehen habt, müsstet ihr das dann wissen. Ja. Okay, durch diese Tür geht es. Ich hoffe, da ist niemand. Okay, jetzt sind hier mal Schaufensterpuppen. Hier einer mit einem ganz schicken Anzug. Naja, schick. Hm. Das Problem ist bloß, das ist die Vorgeschichte von Ellie. Und sie hat leider noch nicht wirklich Erfahrung mit Kämpfen und so. Sie hat noch nicht mal ein Messer dabei. Ich schweige denn, kann sie sich ein Medikit craften. Das ist schon ein bisschen brutal. Also wenn jetzt ein Clicker kommt, dann wird es schon ganz schön scheiße. Was ist denn das da hinten, das so sexy steht? Das ist auch nicht etwa... Nee, oder? Nee, das ist es nicht. Okay, hier geht es gar nicht lang. Da geht es auch nicht lang. Sehen tue ich auch nichts. Da muss ich wahrscheinlich hier rüber. Das ist Tatsache, sie. Oder? Sieht mir so ähnlich. Na ja. Hier ist nix. Da ist nix. Die Puppe kann ich auf jeden Fall irgendwas machen. Die gehen wir gleich mal hin. Nee, das ist ne Puppe. Da ist der Ausgang. Warte mal, jetzt geh ich mal kurz her. Was machst du denn so? Okay. Sie ist anscheinend auch sauer. Kann man ja verstehen. Aber wirklich gesagt hat es... Hat sie es ihr ja auch nicht, dass... Dass sie... Dass es nicht egal ist. Okay, da ist sie. Alles okay. Hast du sowas schon mal gesehen? Ist unser Gespräch beendet? Keine Ahnung, ist es? Du hast keinen Grund sauer auf mich zu sein. Ich bin sauer auf dich. Warum? Weil ich deine Meinung hören wollte? Wann war dir meine Meinung hier wichtig? Es war doch gut. Es war verdammt gut. Und dann sagst du, ich soll mich verziehen und verschwindest einfach? Dieser ganze Tag. Fühlst du dich schuldig? Soll ich's dir leichter machen? Bitte schön, kannst du gerne haben. Ich müsste eigentlich auf der anderen Seite der Stadt sein. Wenn ich als Firefly erwischt werde, bin ich tot. Wegen Schuldgefühlen habe ich nicht eine Stadt voller Soldaten durchquert. Und ja, ich habe Dinge getan, die ich gern ungeschehen machen würde, aber... Ich versuch's. Apropos. Diese Wasserpistolen, auf die du scharf hast? Dafür hätte man mich fast erschossen. Überraschung. Okay. Zuerst... Mach ich dich fertig. Und dann reden wir. Mach dich auf eine Dusche gefasst. Mal sehen, was du drauf hast, Firefly. Okay. Mach's dir nicht zu bequem. Drücke 1. Ah. Ellie, komm schon! Oh, dafür wirst du büßen. Oh, ha ha ha, hab dich! Ha! Ha! Mist! Oh, Mann! Wow, das ist ganz schön gut. Ich hab dich voll erwischt. Was? Das war kaum ein Streifschuss. Du triffst. Okay. Du zählst bis fünf. Ich versteck mich und dann jagen wir uns. Wer zuerst getroffen wird, verliert. Schön. Haha. Schließ die Augen. Haha. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Ich komme! So, nee, warte mal, hier war's. So, die ist voll. Fünf Sekunden ist ja nicht wirklich viel. Irgendwo. Wow. Scheiße. Oh, Meno! Du Miststück. Ich hätte hören sollen. Wer zwei von drei schafft? Geh dich verstecken. Okay, okay, jetzt ganz ruhig. Wir schaffen das schon. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Du bist tot. Okay. Hab sie! Haha. Haha. Oh. Oh. Gibt's doch nicht. Eins zu eins. Der Nächste entscheidet. Okay. Freu dich ja nicht zu früh. Jetzt zählt's. Okay, los. Eins. Zwei. Die steht doch jetzt vor mir, oder? Fünf. Versteckt oder nicht, ich komme! Ganz vorsichtig. Oh, jetzt sind die Lanzherrs. Irgendwo muss sie doch sein. Oh, ich will das unbedingt gewinnen! Ich will gewinnen! Die Musik. Ja! Habe ich sie? Oh, Mist! Oh, Mist! Was habe ich getan? Hast du sowas schon mal gesehen? Die Hundemarke gehört aberkannt! Oh! Wow! Jetzt bist du gemein! Jetzt reicht's! Wir machen's nochmal! Riley! Ich würde so gern weitermachen. Aber du musst zurück. Aber ich muss zurück. Okay. Gut. Kann ich ein Stück mitkommen? Denk schon. Dann komm, ich hole meinen Rucksack. Das kam vorhin blöd rüber. Aber ich hab's echt so gemeint. Du solltest gehen. Das ist etwas, was du schon immer wolltest, seit... Du weißt schon. Seit Ewigkeiten. Soll ich dich aufhalten? Nur du könntest das. Nein, bitte geh nicht. Ich werde dich so furchtbar vermissen. Ich komm klar. Du kommst klar. Und wir werden uns wiedersehen. Ich kann mit denen nichts anfangen. Hast du eigentlich deinen Walkman noch? Na klar. Zeig mal her. Hier. Was ist drin? Das Band von dir. Du wirst mich wirklich furchtbar vermissen. Klappe. Lass liegen. Komm mit. Was soll das werden? WhatsApp. 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 Was hast du... Echt jetzt? Komm her. Schwing deinen Arsch hier raus. Wo war's? Hopp schon. Cool. WhatsApp. 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 I got you, babe. I got you, babe. I got you, babe. Say I love won't pay the rent before it's turned out of us. Komm. Was ist denn? Hey. Was ist los? Hey. Was ist los? Bitte geh nicht. Oh, baby. I got you, babe. I got you, babe. I got you, babe. I got flowers in the spring. Oh, sorry. Wofür? Was machen wir jetzt? Uns fällt schon was ein. Aber ich fürchte, Marlene spielt da nicht mit. Ich bin bereit! Alter... Sorry! Aber das war jetzt ziemlich krass. John! Was für ein krasser Wechselschwung gerade. Also das war schon ziemlich krass gerade eben. Das wird noch hart auf der einen Seite. Und habe ich das gerade richtig mit willkommen? Die beiden mögen sich sehr? Oder ich weiß auch nicht. Egal! Wiebe soll dort sein, wo sie hinfällt. Aber ich denke mal, das war jetzt noch rein freundschaftlich natürlich. Oh Gott, wir sind schon wieder in der Mord. Da war doch jemand, oder? Okay, jetzt checken wir mal kurz alles, was wir noch haben. Okay, wir haben anscheinend uns ja okay. Ach, Schuss! Okay. Lass uns mal weiter gehen. Geht wahrscheinlich weiter. Oder dort drüben geht es weiter. Ich will bis nach dem Laden. Okay, wir werden ja nochmal schnell in die Sackgasse gehen. Wenn es eine Sackgasse überhaupt ist, aber... Oh. Noch eine Notiz. Anschaffenswürde, oh. Ich gehe noch mal auf die Sackgasse. Wie läuft der? Ah. Äh, woher geht das noch? Ja. Okay, das ist anscheinend die... die von hier ne ganze Zeit, ähm... Hilfe gefunden haben. Kann es sein, dass hier vielleicht was mit Elf geführt hat? Das... Halt mal, man kann das ja bestimmt irgendwo holen. Ne, das war auch jetzt. Äh... 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 Mannschaftspolitik, glaube ich. Mannschaftspolitik, glaube ich. Vorfahren, äh... Geht nicht. Okay, das kann man da umfahren anscheinend. Okay. Das geht auch noch. Ich bin bereit. Oh, das... Scheiße. Oh, nein. Nein! Scheiße! Scheiße! Oh, was zur Hölle? Ja, her damit. Alter! Oh, fuck. Was machen wir hier? Wer schätzt sich um diesen alten und ein kleines Mädchen? Je schneller wir sie finden, desto schneller kommen wir hier raus. Was war das? Mach's bloß auf! Scheiße! Oh, ich hab ihn nur noch versendet. Scheiße, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Oh Gott, das wird so hastig. Prüfen wir den Flur. Du, check das Geschäft. Oh, wo ist das Messer denn da vor? Wow! Das war's. Verdammt! Ich hab mich scheiße... Alter! Drecksauschloch! Oh, ich hab mich auch selten durch am Schiff. Oh, man. Okay, jetzt nochmal ganz ruhig. Der wird er da. Okay. Ah, weiter, warum suchen die uns? Scheiße! Oh, man. Der krachst da hinten rum. Der kommt jetzt von da raus. Hey, wie sieht's aus? Nicht, was wir verüben. Dito, suchen wir weiter. Checken wir das Geschäft. Du! Scheiße! Okay, der ist weg. Der hat noch Pfeile dazu. Hast du da blühen was? Hey, hey, alles okay? Okay. Puh. Da drüben, die haben Pfeile. Die finden wir nicht geborgen. Sag mal, hängt da drüben Justin Bieber? Oh Gott! Back here! Das ist ja schon kriminell. Okay, das gibt's nicht jetzt gleich dem Kumpel so eine Leiche. Du Mistkerl! Ich glaube, ich bleib an dieser Stelle. Kreisen dort. Okay. Der hat mich nicht gecheckt. Er ist gut. Okay. Der hat mich nicht gecheckt. Auf der Flucht! Wohin, der Flucht! Ich bin dein Knopf! Ah! 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 Das gibt's doch gar nicht. Ah! 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 Alter Deckung Verflucht doch mal! Wo ist sie hin? Ha du bist so blind man du Idiot Alter nochmal Ok 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 wir haben beide ich hab alles verbrannt Drecksack Ich komm und hol dich Joel Diese Typen wollen kämpfen? Na den werd ich zeigen Ich geh zu ihm A10 Dann verschwinde ich von hier Oh man sorry aber das war echt mies von mir Und naja Oh alter ein Clicker Ich bräuchte echt Munition die hab ich echt nicht verbraucht Weil das ist ein bisschen böse Aber ich denk mal wir werden noch was finden oder? Muss irgendwas sein Ja! Baby Egal Zwei Schuss Ich muss echt sagen so schlecht hab ich ja noch nie geschossen Ich geh Ich hab da mal echt viele Pfeile Scheiße Ich bräuchte echt noch Medi-Click Ich hab ich ja Glück und es liegt hier irgendwo noch was hin Hier ist noch was Hier ist noch was Schere Ein Hegel Zeugs Ich geh zu mir Ecc Nein der muss lieber mit Dann hör ich doch nicht drauf ankommen lassen Lass sie kommen. Wir gehen erst mal auf euren Bogen, deswegen ist die leiser. Oh man. Nimm sie gestalten. Der drüben geht bestimmt nicht lang, der geht hier lang. Okay, reicht nicht. Oh man, ich bin nichts angespannt. Okay, ich schaffe es nur zu gehen, aber hier ist eine Blutspur, das ist nicht so geil. Oh man. Warum ist hier eine Blutspur, Alter, ich wills. Warum ist hier eine Blutspur, Alter, ich wills. Oh man. Das ist ein Klicker. Alles in der Tür. Oh man. Wo lang? Wow. Lass uns da mal reinhorchen. Oh. Oh, es ist scheiß kalt hier drin. Ich bin der letzte Überlebende meiner Crew und krepiere in einem Luftschrank. Was hast du denn von mir erwartet? Ich wurde gebissen und es war nur eine Frage der Zeit, bis sie mich tötet. Auch wenn ich gar nicht infiziert war. Sie meinte, sie würde es nicht tun. Aber ich konnte es in ihren Augen sehen. Wieso sonst zog sie die Waffe? Wieso zum Teufel zog sie die Waffe? Ich hab da mit ihr geredet. Hätte sie nicht gelogen, hätte ich nicht zugeschaut. Sie hätte mich erschossen. Ganz sicher. Aber warum hat sie dich leben lassen, Elise? Ist auch egal. Ich hab sie erschossen. Ich bin abgehauen. Ich habe diese Kreaturen bekämpft und dabei ist die Naht an meinem Stuppen wieder aufgeplatzt. Ich verblute und ich kann sie nicht wieder zunähen. Nicht mit einem Arm. Ich kriege keinen Knoten. Wecken. So kalt. Ich rufe mich lieber aus. Wow. Der Typ war wirklich am Arsch. Und das ist der Arm, den sie amputiert hat. Krass. Das ist der Typ, der amputierten Arm bekommen hat. Das hat alles mit dem Zusammenhang. Krass. Aber was soll das heißen? Wer sind die? Was ist das für eine Drobe gewesen? Irgendein Medizineinsatz? Irgendwann. Oh nein. Oh fach. Wir müssen da zerhauen. So. Und hier machen wir erstmal ein Folgenfolgen. Ich will mich erstmal verabschieden. In der nächsten Folge geht es dann natürlich weiter. Das wird jetzt eine komplette Folge bleiben. Und ja. Ich hoffe ihr schaltet rein. Bei Ergogans natürlich. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Peace out. Ich bin raus. Zu zweit. quarz. unintended.